Roventa hat ein Sortiment extrem effizienter, beutelloser Staubsauger entwickelt. Warum sind diese Geräte effizient? Sie sind effizient, weil sie mit einer Multizyklontechnologie ausgestattet sind, die in mehreren Stufen den Staub von der Luft trennt. Die mit Staub angereicherte Luft passiert zuerst den zentralen Hauptzyklon. Zentrifugalkräfte leiten die großen Staubpartikel in den Staubcontainer. Die Luft wird dann durch vier weitere Zyklone geleitet. Hier werden die kleineren Staubpartikel von der Luft getrennt und gelangen in den Staubcontainer. 99% des Staubs sind nach dieser Filterstufe im Staubcontainer. Dann wird der in der Luft verbleibende Staub in den drei nachfolgenden Filterstufen von der Luft getrennt. Genormte Tests beweisen die extrem gute Staubaufnahme von Roventa Multizyklon Staubsaugern. Auf Hartböden mit Fugen können die Geräte 100% des Staubs aufnehmen. Auf Teppichböden kann Silence Force Extreme Cyclonic mehr Staub aufnehmen als der meistverkaufte beutellose Staubsauger. Darüber hinaus ist die Staubaufnahme des Geräts konstant und weist keinen Leistungsverlust auf. Bei der Entwicklung von Silence Force Multizyklonic wurde von Anfang an darauf geachtet, dass das Gerät das leiseste in seiner Kategorie ist. Das schallgedämmte Rohr-Schlauchsystem optimiert den Luftstrom. Der schwingend gelagerte Motor minimiert Vibrationen. Die Silence Cyclon-Technologie entzerrt den Luftstrom am Ende der Zyklone. Dank all dieser Technologien ist Silence Force Extreme Multizyklonic mindestens viermal leiser als andere Geräte in seiner Kategorie. Silence Force Extreme Multizyklonic ist kaum lauter als ein Gespräch. Somit ist es möglich beim Staubsaugenfernsehen zu schauen, ohne dabei den Ton des Fernsehers lauter stellen zu müssen. Der Rowenta Silence Force Multizyklonic ist mit dem einzigartigen Clean Express System ausgestattet. Die Entleerung des Staubcontainers kann bei anderen Geräten schwer und vor allem unhygienisch sein. Rowenta bietet hier eine einfache und hygienische Problemlösung an. Der Staubcontainer ist von den Zyklonen getrennt und somit sehr leicht zu entnehmen. Das Entleeren ist schnell und einfach, fast ohne Staubkontakt. Bei der Entwicklung des Gerätes wurde auf eine einfache Bedienbarkeit geachtet, auf allen Bodenarten. Rowenta bietet ein volles Zubehörsortiment an. Rowenta Multizyklon Staubsauger werden in Frankreich hergestellt. Die Qualität und Haltbarkeit der Geräte werden in Langzeittests geprüft. Diese Tests entsprechen einem Anwendungszeitraum von 10 Jahren. Rowenta Staubsauger sind nicht nur stark und robust, Sie haben auch einen Energiesparmotor, der 50% weniger Energie verbraucht als Modelle der Vorgängergeneration.